Ich bin Till Blessinger. Ich leite die Blessinger Gruppe. Ich laufe Marathon. Mein Motto? Jeden Tag ein Stück besser. Immer fokussiert auf das Ziel. Nie stehen bleiben. So hat mein Großvater 1930 im Stuttgarter Westen begonnen. Und so wurden wir zu einem der führenden technischen Großhandelsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Weltslager, Lineartechnik, Antriebstechnik, Schmiersysteme, Dichtungstechnik, Sonderlösungen und Sonderlager. Darauf sind wir spezialisiert. Das ist unser Geschäft. Was treibt uns an? Kunden unterstützen und Teil ihrer Prozesse werden. Gemeinsam wachsen. Mit hochwertigen Produkten renommierter Hersteller. Wir sind immer in Kundennähe. An insgesamt 11 Standorten in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ein Team aus 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt für eine effiziente Kundenkommunikation auf allen gängigen digitalen Plattformen. Zu diesem Team zählen auch zahlreiche Ingenieure und Techniker mit tiefem technischem Verständnis. Was viele Kunden an uns schätzen ist die technische Unterstützung bei der Entwicklung oder der Problemlösung. Die Eigenfertigung spezieller Sonderlösungen. Der Vorortservice für Montage, Demontage und Wartung. Und wir sind für Sie aktiv bei der Minimierung von Lagerbeständen, bei der Vereinfachung von Einkaufsabläufen, bei der Reduzierung der Prozesskosten. Bewegung, Erfahrung, Innovation. So lösen wir laufend neue Aufgaben. Ob im Geschäft oder im Training. Auf Ausdauer und Disziplin kommt es an. Dann läuft's. Blessinger. Technischer Großhandel. Einfach besser. Einfach für Sie da.